Er ist jetzt immer durchgehend gedimmt irgendwie. Guten Tag Herr Scholz. Guten Tag. Hallo. Was geht? Die Session von gestern wird heute nachgeholt, ne? Ah, es ist aber sehr kalt heute. Ach, kriegen wir hin. Nein, ich sag's nicht. Zeigen wir mal, wie bescheiden du fährst in der Kälte. Ja, sehr bescheiden. Ach, da sind wir wieder. Ich auf dem falschen Rad heute unterwegs, auf dem Kinderrad. Kinderrad, sagt er. Ja, so ein Kind wie Tom. Für Leute, die es einfach haben wollen. Ja, genau. Dann mach mal einen Barfoot. Barfoot? Nee, so wie am Fuß. Aber ich denke, das ist so einfach. Ich hab doch in dem letzten Vlog gemacht. Ja. Im Bigbike sogar. Aber nee, ich bin noch nicht an das Rad gewöhnt. Keine Footjams gemacht. Das ist doch so einfach. Ja, ist es auch. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. So, der Erik. Der Erik hat gerade was Neues gelernt. So mehr oder weniger was Neues. Und zwar ein Tooth Hanger am Rail. Genau. Den zeigt der Erik uns jetzt. Ja, du warst ein bisschen schnell. Mach noch einen. Mit einem richtig schönen Schweinehopp. Wie wär's mit einem ganz normalen Bunnyhopp? Du musst dein Vorderrad ja auch nicht besonders hochziehen. Das ist übrigens mein Rahmen, in den der Erik da Dellen reinmacht. Wir haben jetzt schon 11% Akku. Super. Erik, hast du eigentlich anmoderiert, wo wir hier heute sind? Für die Leute, die das hier... Ich weiß nicht, ich hab' eben gesagt Hallo Top Scholz, aber... Dass wir das alle hier noch nicht kennen, weil wir hier so selten fahren. Wo sind wir? Wir sind im Wielpark. Im wilden Wielchen. Im wilden Wielchen. Wie im ersten Vlog. Erinnern sich. Mit dem Senfgoldenen Hoodie. Senfgoldenen Hoodie, ja. Geil. Wir sind mit Jakob hier und dem lieben Yannick. Warum sind eigentlich bei dir immer alle Leute lieb? Du machst immer der liebe Yannick. Letztes Mal im ersten Vlog hast du gesagt, der liebe Tom. Sicher? Ja. Du hast gesagt, der liebe Tom zeigt uns jetzt, wie man sich an den Nosepress runterzuckt. Okay. Bist du sicher? Ja. Okay, dann meins. Natürlich. Gut, was machst du jetzt, Schönes an dem Rail? Ich würde einen Fußhänger-Hop-Hopper machen. Heute herrscht übrigens die übelste Verwechslungsgefahr zwischen uns. Ja, nur, dass der dann Voll-Tattoo-Water-Vollasi ist. Ist man aber nicht lieb, weil es dunkel ist. Und ich bin ganz lieb und auch schwarz angezogen. Ja. Neuer auf dem BMX, was fast gleich aussieht. Ich hoffe, man sieht überhaupt was. Kein Buff für Tom. Ja, keiner für dich, ne? So, ich habe heute meine ersten 50-50s gemacht. Er macht so Double-Packs auf dem Rail. Deswegen, ich mache da jetzt direkt einen Bar. Er macht jetzt auch direkt einen Bar. Ah, da muss man mal ein bisschen anders ziehen, wa? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Weiter nach hinten. Okay, okay, okay. Was sagen sie? Mhm, naja. Okay. Cool, cool, cool. Erik, mach doch einfach mal. Ey, ich schwöre, du könntest jeden machen, ne? Mein Vorderner ist einfach so nach rechts rüber. Ja, dann lehn dich mal mehr aufs Rail. Das ist nicht der erste. Ich war zu langsam. Fahr schneller. Ah, ich gebe Mühe. Ja, davon sehe ich nichts. Und, war das jetzt so schwer? Ne. Warum hat das dann so lang gedauert? Okay, Eis wird nix. Das probier ich gar nicht jetzt. Okay. So. Toll, Erik. Was machst du jetzt? Keine Ahnung, sind wir jetzt durch am Rail? Nee. Pass mal auf, ich mache hier vorne an diesem ekelhaften Hubbel mal was Schönes. An dem Hubbel hier? Ja. Wahnsinn. Ich bin so stoked, Erik. Tom, zeig ich uns mal den schönen Manual hier. Also Manual da oben drauf. Füllt der Tom gar nicht. Füll ich gar nicht. Ist das Mikey? Da ist Yannick der Held. Wuhuhuhu. Also wäre ich mit dem Dirt hier, hätte ich gesagt, mache ich ja auch. Ja, aber doch kein Scheiß. Im Ernsthaft, das ist immer so. Er hat immer das falsche Rad dabei. Identisches Rad. Nein, Jakob, du meintest auch. Mit meinem Rad kommst du nicht klar. Dann den Turbolitos. Einmal eine gute Profile-Nabe. Ui. Gleiche Schräglage. Guck hier wenigstens mal da hoch zu springen. Ja, dann probier mal da hoch zu springen. Ja, er kommt ja von hier. Ich stehe übrigens sehr gefährlich hier. Merke ich gerade. Genau wie mit dem X sind alle gleich. Das ist so eine Lüge. Ich schwöre. Nein. Ja, guck, Jakob sagt gerade selber, dass sich meins komplett anders anfühlt als seins. Komm noch mal, wie ich so fest saugend bin. Das sagen alle. Alle sagen das. Ich würde sogar sagen, besser als komm. Es ist halt allein schon sketchy da hoch zu springen im Rad hier. Wie hast du dich endlich jetzt aus der Affäre gezogen? Wie ich mich aus der Affäre gezogen habe? Einmal hörst du die Kamera rein. Ja, ich bin einfach zu alt. Wie ich da hoch springe, rutscht mein Vorderrad da vorne rein. Ist da ein Hinterrad noch drin? Das war schlecht, als ich nicht laufen könne. Oh Mann ey, das macht schon echt Spaß beim Zugucken. So Tom, du bist dran. Ich will das nicht machen. Machst du es jetzt aber. Ich will das nicht machen. Du machst das jetzt aber. Ich will das aber nicht machen. Mach. Kann ich da oben drauf ein Puttermut machen? Nein. Zählt nicht. Das ist zu kurz. Du sollst da rausspringen, nicht da. Ja, ich fände auch den Manual geil. Wir wollen alle den Manual sehen. Du willst kein Manual da machen? Ich will den da auch nicht machen. Da zählt der Manual auch nicht. Was ist eigentlich das Ziel? Keine Ahnung. Rein oder hinten runter? Ich würde geradeaus weiter und runter. Weil in die Quarta springe ich mit dem Rad nicht. Danach habe ich nämlich Mach 6 drauf wahrscheinlich. Keine Bremse. Ja. Exakt. Oh, ist bei mir genauso. Gut, dass das gerade nicht passiert ist. Du gerade am Losspringen. Zack. Vorderrad weg. Warum will ich den machen überhaupt? Ja, das frage ich mich auch. Erik, erzählst du davon, wenn wir viel Versprechen in der Replik machen? Oh, Alter Schwede. Verdammt, ich hab's nicht drauf. Das ist nicht drauf. Nein. Ich hab lieber deine hässliche Fresse gefilmt. Das ist halt so gruselig alles. Oh, spaßig. Ich hab's schon gemerkt. Spaßig. Jetzt machen wir hier mal POV von Tom. POV. POV. Was? Was? Soll ich film dein Code? Ne, ich hab ein anderes Lied angemacht, weil das sehr wichtig ist. Fuck. Gruselig. So, ich würde jetzt trotzdem die Liptrick-Session einläuten. Okay. Ja, okay. Klemmere Entscheidung. Du auch Liptrick-Session? So ein paar Icepicks und Packs Sachen da hinten an der Quarter? We can try. Da hinten an der Quarter? Nein, ich werde keinen Footjam-Türfen machen. Okay. Kannst du ruhig machen. Ich würde jetzt anfangen mit meinen vier Footjams nach dem Icepick. Also Footjam, Injam, Frontjam, Canjam. Alle einzeln nach dem Icepick. Langweilig. Ja. Trotzdem macht's Spaß. Also die Videoqualität wird wahrscheinlich ultra scheiße sein, weil es ja extra dunkel ist. Ja. Aber egal. Von hier aus filmen, da hinten. So. Kann ich auch noch ans Handy gehen. otto ein. Close Call. Ich geh mal lieber zwei Schritte zu Roel. Wuuuuh. Wuuuuh. Injam. Injam. Shon' wieder fast gestorben. und dann gleich zum ende noch einen schönen ice to 70 gleich noch einen schönen ice to 70 das lieben wir wem ist das noch nicht passiert möchtest du dich bei den zuschauern entschuldigen ich habe das gefühl das war nicht ernst gemeint eine ewigkeit später da ist er das hat man gerochen jetzt ein double pack bar ich hoffe man sieht überhaupt was ich habe schiss dass du mich gleich wieder um halb um mäßt fuß geht über den rahmen jetzt kommt noch frontjam oder was frontjam weiß ich nicht habe ich nicht gesehen ich komme das so schwer erkennen was fehlt denn dann noch komm dann jetzt ice to 70 ja ich möchte jetzt ice to 70, ice bar und eiscuit mach halt drauf fang mal leicht an ach zu steil hu 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 schief schade marmelade fuciemöp hier ich finde das immer recht freudig mit den balken hoch genug also nur mal so zählen für diese quarters ultra steil und ist nicht geil boah einfach ins flat gehauen was ach so ja das ist wohl wahr und jetzt ich glaube ich würde den footjam auch mal schöner machen also ich bin out of liptricks jetzt ich fang gerade heran lucky footjam 2 ja dann lucky du canjam 2 dann schönen fujimo ok ich halte drauf lucky canjam 2 und rein kein problem schöner footwhip obwohl der auch noch ziemlich gut im keller war in jam footjam so ja und ich jetzt, was soll ich machen, ich werde keinen double pack bar machen, das kannst du vergessen nein ähm canjams canjams sind schon auf dem dirt scheiße du sagst doch mit dem bmx sind immer alle seite ja ich muss mich erst mal daran gewöhnen aber ich hab noch nicht mal welche unten an der fucking bank gemacht ja dann macht er jetzt weh ich an der Coto direkt dann macht er jetzt Wehricht an der Coto direkt Bis zum nächsten Mal.